Ja hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation der Babybümer auf dem BeginsOnLive. Ich begrüße Sie auf dem Kanal Rohvide bei Sida und wir haben jetzt 17.30 Uhr und heute ist immer noch der 20. und das ist mein zweites Tageswort heute. Es geht jetzt in diesem zweiten Tageswort um eine Situationsbeschreibung, was ich gerade mache und was ich vielleicht noch machen gerade heute. Also, ich sagte in den vergangenen Tagen ja schon, dass ich jetzt an den Thumbnails arbeiten möchte, um meine Videos ein bisschen aufzupippen. Und zu diesem Zweck hatte ich ja erst diesen Crashkurs da von dem jungen Mann da gelesen, von einem Linux-User und jetzt lese ich das Tutorial oder höre mir das Tutorial an da von Lettman und das ist ja wirklich ausgezeichnet. Aber das sind 40 Einheiten und das staucht einen doch und manche Sachen muss ich da 2-3 Mal hören. Und damit bin ich beschäftigt. Heute habe ich jetzt gerade Vektion 8 gemacht, 6 und 7 mit den Brasches, Pimpio Brasches und ja und jetzt lese ich 8 an. Und das muss ich erst mal verarbeiten, das muss ich erst mal aufnehmen und dann versuchen umzusetzen nachher. Also, gestern habe ich ja schon eine erste Umsetzung versucht, die wird nachher hier mit dem Tagesthema erscheinen. Mit den Tagesthemen sage ich schon, mit dem Tageswort. Aber das Tageswort enthält natürlich auch mein Tagesthema. Und das ist immer noch YouTube-Production, YouTube Creator, YouTube How to create a good video und so. Das ist das Thema, das mich irgendwann umtreibt und ja auch im Alter muss man sich damit beschäftigen. Und da ich das früher in meiner Jugend nicht lernen konnte, da gab es das alles noch nicht. Ja, also eine neue Herausforderung und aber auch eine spannende, interessante und das hält dann hoffentlich auch ein bisschen jung. Ja, jung, 10.000 Schritte habe ich heute schon gemacht. Darüber gibt es auch ein kurzes Video. Dann Begriff des Tages habe ich auch schon gemacht. Also zwei Tablets-Videos sind schon oben. Jetzt kommen noch zwei EOS-Videos und dann werde ich heute glaube ich nur auf vier Videos kommen. Aber es ist ja auch egal. Mal hat man mehr, mal hat man weniger. Ich erwarte noch ein Paket von G-Best, das ich bestellt habe. Heute nicht, aber das soll morgen übermorgen und das langsam eintreffen hier. Und jetzt esse ich erstmal mein Müsli, das habe ich mir gerade zubereitet und trinke dazu meinen Saft. Ja, das könnte ich auch gleich mal hochziehen. Ja genau, mein Saft dann hoch. Ja 18.40 Uhr. Okay Leute, das ist las 10 Hunches.